Aufgabe 4 Von vornherein ein paar Regeln, an die ich mich während der Rechnung halten werde. Und zwar grundsätzlich gibt es für viele dieser Aufgaben mehrere Lösungswege. Ich werde immer den jeweiligen Lösungsweg auswählen, den ich am besten finde. Und es werden stets nur Lösungswege, Verfahren und Formeln benutzt, die in der Abiturprüfung auch zugelassen sind. Das bedeutet keine Tricks und keine exotischen Verfahren aus dem Studium. Außerdem, wenn sinnvoll, werde ich bei jeder Aufgabe unter dem i-Punkt oben rechts in der Ecke das passende Videotutorial zu dem jeweiligen Thema verknüpfen. Die Abbildung rechts gehört dem Graph von einer Funktion f. Einer der folgenden Graphen, 1, 2 und 3, die unten abgebildet sind, gehört zu der ersten Ableitungsfunktion von f. Geben Sie diesen Graphen an und begründen Sie, dass die beiden anderen Graphen dafür nicht in Frage kommen. Wenn es um grafisches Ableiten geht, gibt es nur eine Eigenschaft, an die wir uns erinnern sollten. Und zwar die erste Ableitung ist immer die Steigung der Tangente. Diese Eigenschaft wollen wir natürlich auch oben rechts an unser Schaubild nutzen. Das bedeutet, wir werden ein paar Tangenten einzeichnen. Dafür suchen wir natürlich die am besten geeigneten Punkte. Das wären in erster Reihe die Hoch- und die Tiefpunkte. Also wir haben hier einen Hochpunkt und hier einen Tiefpunkt. Und diese Punkte besitzen immer waagerechte Tangenten. Das bedeutet, deren Steigung ist 0. Für die erste Ableitung bedeutet das indirekt, dass sie in diesem Fall an der Stelle 2 und minus 2 0 Stellen besitzt. Wenn wir diese Eigenschaft mit unseren Schaubildern hier vergleichen, dann sollte uns auffallen, dass Schaubild 2 diese Eigenschaft nicht besitzt. Also Schaubild 2 hat bei ungefähr 3,3 und minus 3,3 seine 0 Stellen. Deshalb kommt dieser Schaubild für uns gar nicht mehr in Frage. Gut, die anderen zwei Schaubilder haben allerdings beide diese Eigenschaft. Also beide haben 0 Stellen bei 2 und minus 2. Deshalb müssen wir ein bisschen weiter graben. Und zwar, wir können nicht nur an dieser besonderen Stelle Tangenten anlegen, sondern zum Beispiel auch an der Stelle 0. Und hier haben wir auch eine Tangente, deren Steigung wir über ein Steigungsdreieck ablesen können. Für gewöhnlich geht man immer eine Einheit nach rechts und dann in diesem Fall nach unten, bis wir die Tangente treffen. Und diesem Wert, was wir nach unten gehen, in diesem Fall ist es ungefähr minus 0,8, ist auch gleichzeitig unsere Steigung. Wenn wir das mit dem dritten Schaubild vergleichen, an der Stelle 0 hat diese Funktion den Wert minus 2, also sehr stark abweichen von unserem Wert minus 0,8. Deshalb kommt dieses Schaubild auch nicht mehr in Frage. Und wenn wir das mit dem ersten Schaubild vergleichen, dann sieht es ganz gut aus. Also das kann man auf jeden Fall als minus 0,8 durchgehen lassen. Also wir haben einen Gewinner. Das ist Schaubild 1. Natürlich müssen wir das Ganze auch noch als Begründung festhalten. Deshalb als erstes könnten wir sagen, bei x gleich minus 2 und x gleich 2 muss die Ableitungsfunktion 0 Stellen haben. Und zweitens, an der Stelle 0 ist die Steigung ungefähr minus 0,8. Die zweite Teilaufgabe lautet, die Funktion Groß F ist eine Stammfunktion von Klein F. Geben Sie das Monotonieverhalten von Groß F im Intervall 1 bis 3 an und natürlich begründen Sie Ihre Angabe. Gut, dafür schauen wir wieder auf das Schaubild von Klein F und versuchen erstmal diesen Bereich zwischen 1 und 3 erstmal ein bisschen einzugrenzen. Also ich zeichne hier bei 1 eine Grenze und hier bei 3 eine. Und wir müssen nur zwischen diesen Grenzen schauen. In diesem Bereich erkennen wir ganz leicht, dass Klein F unter der x-Achse liegt, also negativ ist. Nach dem sogenannten Monotoniesatz sollten wir wissen, wenn die Ableitung einer Funktion negativ ist, also wenn die Steigung einer Funktion negativ ist, ist die Anfangsfunktion immer streng monoton fallend. Und da Klein F die Ableitung von Groß F ist, können wir das auch als Begründung für unsere Aufgabenstellung nutzen und sagen, weil Klein F von x im Intervall 1 bis 3 negativ ist, folgt, dass Groß F von x streng monoton fallend ist.